Hallo ihr Lieben, so jetzt gibt es endlich nochmal ein Video von mir und zwar habe ich mir das auch schon länger vorgenommen und ich möchte euch gerne mal meinen Washi-Tap zeigen und dazu muss ich sagen, ich habe wirklich viel, aber ja, Washi-Tap ist jetzt nicht so meins, weil irgendwie klebt es nicht wirklich gut und ich weiß nie, was man dann damit anfangen soll, weil es immer halt so nur so draufgeklebt aussieht und naja, aber ich sammle es auf jeden Fall, weil ich das schön bunt finde und dann zeige ich euch jetzt einfach mal was. Das hier, das ist meine Box mit den ganzen Doppelten, wie ihr seht, das sind so alle Sachen aus dem Action, die kennt halt jeder. Genau, hier sind, ich mach mal gerade raus, sorry auch für diese Bildqualität, ich muss das ohne Stativ filmen, weil, ja, weil ich muss stehen, damit man es auch richtig sieht und ich habe leider kein richtiges Stativ. Das hier ist jetzt kein Washi-Tape, das ist nur Band, das hat aber den Weg in die Kiste gefunden. Das hier sind dann so die Stoffbänder, davon habe ich einige, da sind noch mehr. Dann habe ich Kitty aus dem Depot, das sind halt, wie gesagt, die Doppelten. Noch mal Stoffband. Dann sind da so noch so Eulen, Pilze. Die hier sind aus dem Schiebo. Auch aus dem Depot. Ne, nicht Depot, oder? Von Reihe, ja, ne, nicht aus dem Depot. Ja, nun ja, aber das sind ja jetzt die Doppelten, die sind ja jetzt recht uninteressant, wenn, will man ja auch sehen, was man so im Einzelnen besitzt. So, und das ist dann die Schublade mit den Washi's, die ich halt so immer benutze. Heißt immer, ich benutze es ja nicht, aber die, die ich jetzt so einzeln habe und sortiert habe. Das sind diese Klebebänder, die kennt ihr alle, die sind so aus dem Kick, zum Beispiel Teddy. Das sind diese wie Tesafilme, das hat mit Washi gar nichts zu tun, aber ich habe es trotzdem mal dabei. Ach, jetzt geht es nicht zu, egal. Dann habe ich hier diese Häkelbordüren, die sind auch aus dem Schiebo und ich tue die Häkelbordüren eben gerne bei das Washi, weil es hat ja auch was mit Klebe, Klebeband zu tun. Dann sind das hier nochmal so Stoffbänder, Stoff, Stoff. Das sind jetzt Häkelbordüren, davon habe ich mittlerweile auch zwei, drei. Ich finde die total schön, ich mag Häkelzeug total gern und das wiederum benutze ich auch gerne mal. Häkelzeug halt, die tue ich mal gerade weg. Das ist nochmal Stoff. Das sind auch hier die Stoffdinger aus dem Schiebo, die kennt ihr sicherlich alle. Das ist nochmal eine Bordüre, nochmal Stoff und das ist eine Palettenband. So, und das hier sind dann so meine Washi's. Entschuldigung. Dann habe ich hier, das hier sind alle aus dem Action, also bis hier hätte ich hier jetzt nicht und die drei auch nicht. Aber das hier, das sind alle aus dem Action. Oh, ich habe echt einen Washi im Hals. Das ist auch die beiden mit den Schmetterlingen. Das hier ist dann auch Schiebo. Ich zoome euch mal kurz alles mal so ein bisschen ab. Die finde ich mega toll. Ich mag so Vintage und so Landkarten und so. Ja, das sind halt so meine Washi's. Gezählt habe ich es jetzt nicht. Und ja, meine Lieblings-Washi's, aber welche ich am schönsten finde, das sind eben hier diese. Diese Oldschool-Vintage-Zeug-Teile. Knallbunt finde ich aber auch immer total cool. Eulen sowieso. Eulen gehen auch immer, obwohl ich habe das Gefühl, Eulen werden mittlerweile out. Aber ich meine, es gibt ja immer so Spleens. Und jetzt irgendwas mal wieder in und dann wieder out. Cool finde ich auch das mit dem, mit dem, ach wie heißt es jetzt, Zollstock, Metereinheit, Zentimeter-Dingspunkts. Ihr wisst, was ich meine. Und ja, die Action finde ich auch eigentlich sehr schön. Das sind so normale bei, aber zum Beispiel das mit der Rose, das ist total schön. Das mit dem Love gefällt mir auch ganz gut. Ich benutze Washi halt generell gerne mal, um auch Briefe zuzumachen. Also richtig basteln tue ich damit jetzt nicht. Aber zum Briefe aufmachen, zelten aufmachen, zum Briefe zumachen, verwende ich es gerne. Oder auch hier das hier. Das kennt ihr sicherlich mittlerweile auch alles. Also das mache ich halt gerne an was Selbstgemachtes, damit man sofort sieht, aha, das ist was Selbstgemachtes. Finde ich echt total niedlich. Aber hier so mit so alten Poststempeln. Also es ist schon cool. Doch, muss man schon sagen. Also schön sind die Sachen auf jeden Fall, aber nützlich, ja, für mich jetzt nicht. Ja, und das war es jetzt schon. Klein, aber fein muss ja auch nicht immer Stunden dauern. Und jetzt kommen bald auch noch mehr Videos. Ich wollte mal eine Craft-Tour machen. Craft-Tour? Nein, Room-Tour, Entschuldigung. Aber ein Craft-Update kommt auch demnächst nochmal. Und ja, nun dann. Bis bald. Und ich wünsche euch alles, alles Gute. Vielleicht wollt ihr mir ja mal unter die Kommentarbox schreiben, was ihr so mit Washi macht. Das würde mich echt interessieren. Und auch freuen. Weil ich habe wirklich keine richtig gute Verwendung. Und ja, bleibt gesund, bleibt munter und schaltet bald wieder ein. Ich wünsche euch was. Tschüss.